Wir gehen wieder zum Tower hinten, weil wir krass sind und da gute Erfahrungen gesammelt haben. Außerdem gehöre ich an die Spitze. Okay, ich werde es nicht ganz schaffen, an die Spitze. Das ist fast die Spitze, zu der ich gehöre. Ja, also ist nicht weit von dem, was mir zusteht. Hier sind noch mehr. Ja, hab einen schon verprügelt. Gucken wir mal den Schlüssel her. Oh, Entschuldigung. Wollt mich nicht einmischen. Er fällt runter. Haben sie auch gegeben, ja? Ja, ich hab ihn runtergedroschen. Ja, sein Mate ist hinterher. Ja, Tackle. Tackle finde ich nicht ganz geil. Was haben wir hier noch? Ja, ich will einen Tackle. Das ist ein großes Hähnchen. Oh, hier ist die Rakete. Falls du die Rakete spielen willst. Oh, hier ist einer. Der ist runter mit mir. Der ist komplett mit mir runtergejumpt. Okay, also bin ich wieder alleine, ja? Ich bin auch gleich dead. Ja, ich bin tot. Ich bin schon mal unten. Jetzt muss ich dich nur noch finden. Bist du denn da hinten irgendwo? Da hinten steht bei mir einer. Der hat die ganze Zeit Block oben. Du bist auch im Dach? Außerhalb der Zone, ja. Ja, ich hol dich, ich hol dich. Gada, gada. Jetzt abfad. Dach. Aua. Aua. Bruder. Boah, das wird mega knapp. Ich bin auf zwei Sekunden gerade rein, ey. Der Typ, der uns angepasst, abgefuckt hat, ist down. Hier ist sein Mate. Ja. immer mal auch noch platt hier sehr schön okay jetzt bräuchte ich mal ein bisschen noch noch entschuldigung sir können sie uns helfen wir haben uns verlaufen den hast du gut von mir abgehalten ich habe einen gedauert über zwei mülltonnen habe ich ihn geschubst noch zwei da schlagen sich zwei teams junger man klar moment will golf spielen schönes ding schönes ding das war direkt ein zwölfer habe ein k.o. gemacht nicht gut jeder andere verkloppt mich ab in holen kommt zurück ja er kommt auch hier holen wir uns schlag hier zusammen aber nicht mich das gibt's doch nicht habe ihn k.o. ja krasses ding krasses ding unaufhaltsam ich brauche hähnchen ich bin fast am arsch bei dir hinter dir hinter dir meintest du bei dir ist hähnchen hier ist ein teammate ja er chillt im gras schönes ding oder hähnchen oder hähnchen nein ich brauche hähnchen was du meditieren nur so männchen mit zwei herzen ne ne habe ich nicht warte ich habe eine kiste na ich bin auch hier ist ein stück hähnchen uu uu ich komme chicken chicken mashallah hier ist noch ein heal pod ein lebens pod wenn du willst ne live habe ich genug da liegt noch ein hähnchen zwei falls du auch eins brauchst ich habe eins ich muss erstmal wieder in die zone in die zone ok ich bin wieder da noch ein stück hähnchen das nehme ich mal mit ja ich bin auch voll aber danke der nachfrage ja hier beim tower klar moment ich kletter gerade aufs dach denn ich bin batman noch ein hähnchen eingesteckt oh ist denn schon weihnachten ok ich stecke jetzt ein hähnchen ein hol mir noch ein tränk ok du hast jetzt da am tower ist einer mehrere einer läuft gerade weg ouch jetzt einer disconnected hier oben schön schönes ding gut gemacht hier hinten irgendwo ja da ist er gelaufen das kommt davon wenn man mit einem mobilen hotspot über das handy hier online geht ne unten einer ist k.o oh nein einer ist down ja 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 ich habe hier gerade ein bisschen du musst dir selber erstmal gucken wie ich klarkomme ich habe hier einen ganzen typen hast einen ganzen typen ja während du dich da mit drei zufrieden gibst ja muss ich mich hier mit einem auseinandersetzen drei hier sind fünf leute ja kommen dazu aber ein wurde abgebrochen ein restaurer ich habe irgendwen gedauert keine ahnung wer das in der masse war ich habe hier auch nichts mehr ein team ist k.o. so richtig blindes rein prügeln auch ein team k.o. ja gut gut hat der super star modus da habe ich ein bisschen respekt vor ja super star super schmal sei ich werde geholtet ja gut abgefedert gut abgefedert eben noch oh muss ich kurz hochessen oh ich bin ich bin confused ich bin confused Aua ich komme gleich klar moment ich nehme ok ich nehme nicht nein achso oh gott ich war das ich holte die ein hab ihn down oh jetzt habe ich keine ulti mehr oh das ist aber schade einer ist hochgeklettert ja warte ich muss mir erstmal ein bisschen energy gönnen und äh ich gönne mir nur schaden ja hätte ich auch gebrauchen können hier ist einer nein hier ist einer mit ulti er ulti't mich ich bin in der Zwischendecke ah ja ich muss erstmal in die zone ja auch einer ist down liegt außerhalb der zone ok ich habe seinen mate ja gut wir müssen jetzt abhalten ja hab ihn k.o wir sind schon jetzt perfekt schon wieder ha ha easy es liegt an den krassen batman moves ich sag's immer wieder ich bin batman ich habe jetzt schon ich glaube vier stufen vier oder fünf stufen im kampfpass gemacht dem bauern ich habe ich habe in der letzten runde glaube ich 34 leute gedauert ich habe jetzt elf eliminierung pima down und zwölft tausend schaden dann können wir einmal kurz in die lobby gehen das war's von uns mit rumbleverse ich hoffe die folge hat gefallen wenn ja lass gerne ein like da wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann macht's gut tschau tschüss YouTube Bis zum nächsten Mal.